Helden der Stadt Das ist Wilma Wasserflugzeug. Sie hat spezielle Füße, mit denen sie auf dem Wasser landen kann. Oh ja, ganz recht. Was hast du als nächstes vor, Wilma? Ich übergebe die Pakete an Peter Post zum Ausliefern. Und schau, da kommt er ja auch schon angefahren. Hallo Wilma, hast du heute Post für mich? Klar doch, hier, rein damit. Danke Wilma, du bist so zuverlässig. Wilma fliegt gerne hoch über der Stadt. Hallo, du kleines Vögelchen. Willst du spielen? Na komm, auf Kumpel. Wilma hat viele Freunde, groß und klein. Manchmal flitzt Wilma beim Spiel mit ihren Freunden übers Wasser. Sind alle bereit? Absolut. Klar doch. Ja. Dann auf geht's. Los, Rudi, schneller. Schneller, Rudi. Alles in Ordnung bei dir, Kasimir? Das war abgefahren. Haben wir gewonnen? Natürlich ist das Wichtigste nicht gewinnen, sondern gemeinsam Spaß zu haben. Alles in Ordnung bei dir, Kasimir. Alles in Ordnung bei dir, Kasimir. Alles in Ordnung bei dir, Kasimir. Alles in Ordnung bei dir, Kasimir.